Weltweite Proteste für mehr Klimaschutz. Am 15. September haben Fridays for Future Aktivisten unter dem Motto Schluss mit fossilen Brennstoffen zum globalen Klimastreik aufgerufen. An 250 Orten in Deutschland gingen die Menschen auf die Straße. In Mecklenburg-Vorpommern wurde in sechs Städten gestreikt. Speziell in Rostock haben sich etwa 300 Menschen beteiligt. Start war auf der Hedga-Halbinsel, danach ging es durch die Innenstadt. Rostock for Future protestierte unter anderem gegen den geplanten Hafenausbau von Rostock-Port. Bei dieser Hafenerweiterung soll möglichst viel Kalkante erschlossen werden. Das heißt unter anderem werden die die Gebiete um die Ollen-Ollen-Dorfer-Tannen und das Moor um den Pizzerbach sollen mit erschlossen werden. Die Idee beim Pizzerbach war das über zu betonieren. Wir finden das ist eine schlechte Idee, weil Moore für Rostock eine Bedeutung haben und für Mecklenburg-Vorpommern eine enorme Bedeutung. In Rostock ist es so, dass es Überschwemmungsschutzgebiet ist, weil es so viel Wasser aufnimmt. Es kühlt, hat enorme Biodiversität, die nur an ganz paar anderen Orten in Deutschland so vorhanden ist. Und in Bezug auf Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass Moore 30 Prozent der Treibhausgasemissionen ausmachen. Doch das ist nur eine von vielen Forderungen. Diese hat die Ortsgruppe bei der vergangenenen Oberbürgermeisterwahl an Eva-Maria Kröger übergeben. Dazu zählt, dass wir gerne zehn volle Stellen in der Klimaschutzleitstelle hätten. Wir wollen Tempo 30 im Stadtgebiet. Wir wollen ordentliche Fahrradinfrastruktur. Wir hätten gerne verkehrsberuhigte oder autofreie Zonen. Wir wollen die Umsetzung des Wärmeplans. Dazu gehört innerhalb von drei Jahren die Installation von Großwärmepumpen, die dann ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Und wir wollen natürlich, dass keine Moore überbaut werden und dass die Menge an Grünflächen steigt. Die etwa 40 Rostock-for-Future-Mitglieder leisten auch Lobbyarbeit. Sie bringen ihre Ideen Fraktionen und kommunalen Unternehmen näher. Als nächstes sind sie am 17. September beim Klima-Aktionstag in der Langen Straße unterwegs. Am 10. Oktober machen sie auf dem Campus-Tag der Universität Rostock als Students-for-Future Hochschulgruppe auf ihre Arbeit aufmerksam. Um. 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 Um.